Hiho und willkommen zurück bei dem Rollenspiel und Zwergenfreunde zu Pelas of Eternity 2 Deadfire. Ja, wir sind in der letzten Folge auf die Kawara angekommen und können uns jetzt hier erstmal in aller Ruhe in der Stadt umsehen, wahrscheinlich. Was wieder mal ein bisschen dauern wird, wahrscheinlich. Ja, ziemlich viele Wahrscheinlichs. Und ja, die Kawara scheint eine Stadt zu sein, auch wenn wir nur das eine Gebiet hier haben. Wird vor, äh, hat Ondra und Hieler in, ähm, Religion, hat keine Importe, keine Exporte, die sind also völlig autark. Hat Stammeskasten wie auch Nekataka. Der Rangarhuanu ist der Herrscher. Wird von 99% von Gebirgs-, äh, von Inselamauern, von Gebirgsamauern, ja, von Inselamauern, ähm, Mauer. Besiedelt und von 1% von Gebirgszwergen. Yay. Gut. Wir haben auch unsere Gruppe neu angepasst, haben Tekeo und auch Maya mitgenommen. Da sollte ich mal nicht abbrechen. Hier die Formation gehen und gucken, ob alles so stimmt. Ja, kann man so lassen. Also Ichiza, Amayas Papagei, die zweite Reihe nehmen. Ja, wir wollen natürlich nichts vor den Fischständen stehlen. Kleinere Fische, mehr Gräten als Fleisch, drücken auf dem Gestell. Ihre Augen sind verschrumpelt. Und ihre Schuppen schal. Okay. Sollte mich wieder angewöhnen, das hier unten dann im Sprachverlauf zu lesen. Oh, Katze. Miri. Plus 1 Intellekt. 10% erledigte der kritische Treffer, werden den Treffer umgewandelt. Oh, nicht schlecht. Ja, ich habe hier schon so viele Haustiere. Lago Fett-Schöpflinge. Was stellt ihr denn hier mit denen an? Hochwasser. Der Fischer senkt sein Haupt im Gruß und wischt seine Hand an seinem Sarong ab, welcher mit Fischhinnereien übersieht ist. Ey, widert deinen Blick nicht. Warum sind diese Lago Fett in einem Käfig eingesperrt? Imui und die anderen Mataru haben sie gefunden, als sie die Insel erkundeten. Er sieht die Kreaturen mit einer Mischung aus Beklommenheit und Verachtung an. Als Antwort flächeln sie die Zähne, Fliegen schwirren um ihre trüben, schimmrigen Augen und die matten Stellen auf ihren Schuppen. Er hat gesagt, dass wir ihnen vielleicht das Baum beibringen werden. Und wenn der Boden und die See hier Geizhilfe sind, werden wir sie essen. Er zuckt mit den Schultern und kratzt sich seinen hohlen Bauch. Er das Hand bewegt sich langsam auf seine Waffe zu. Er blitzelt einen Begleiter teilnahmslos an und zieht leicht ungewöhnlich zum Meer hin. Was kannst du mir über die Kawara sagen? Die Flut ist mit Fisch geizig und die Ämpe noch mehr. Er zeigt dir nur zum Strand, wo ein einsames Gestell mit ein paar mager aussehenden Fischen steht. Die Fische schwimmen nicht zu dir hin, Bruder? Seltsam. Ja, Tikeo verspottet ihn. Ikea, Engati segnet uns nicht alle gleichermaßen. Tikeo schluckt und blickt in Richtung Meer. Was braucht ihr mehr? Er vermeidet deinen Blick, dann leb wohl. So, wir können hier die Stufen hochgehen, aber... Ich gucke mir erst mal hier unten fertig um. Dreckige Echsen, selbst von hier kann ich sie riechen. Hm. Das wäre auch nur zum Plündern. Diese Früchte sind klein und unreif. Die meisten von ihnen sind mit Löchern übersät. Ah. Das heißt, selbst das Obst ist voller Parasiten und verdorben. So, wer bist du denn? Du beschwerst dich hier über Echsen. Die Frau schaut mit überkösten Armen von dem heilfertigen Gebäude, als würde sie gegen den Schutz protestieren, den es bieten könnte. Ihr Gesichtsausdruck wirkt finster, aber das könnte auch an den Namen in ihrem Gesicht liegen. Ein Fremder in Ticawara? Wer bist du, Fremde? Ein Fremder in Ticawara? Wie bist du, Fremde? Ihre Hand wandert zum Ledergürtel, der eng um ihre Taille geschlungen ist. Ich bin Hagrim, Käpt'n, der die Defiant. Die Valianische Heidensgesellschaft will, dass ich mich um ihre Investition kümmere. Ich bin nur auf der Durchreise. Ich mache mir Sorgen, dass du jetzt schon kampflustig aussiehst. Ich bin Hagrim. Kapitän, wenn du mit dem Wind im Rücken von der Insel losgesegelt wärst, wärst du jetzt nicht hier, sage ich. Also nicht Übersetzungsfehler, sondern Geschlechtszuweisungsfehler. Ich werde Rengaruhana sagen, dass der Gestank von Ticawara, Freunde und Fremde gleichermaßen in die Flucht hat. Riechst du das? Sie schnaubt und verziert das Gesicht. Die Worte des geschickten Jägers sind nicht beeindruckt. Mit einem Schmunzeln verschickt Maya die Arme. Es gibt kein Lebensmittel auf dieser kargen Insel, dass diese Monster nicht stehen würden. Ihre Namen sind wie Nähte, die ihren Gesichtern einen finsteren Ausdruck verleihen. Ja, aber wer könnte diesen kleinen Gesichtern widerstehen? Edda, der Tierliebe natürlich mal wieder. Sie umkreisen, stelle ich unser Dorf auf der Suche nach Schwachpunkten. Sie schüttelt einen Finger und bringt ein Argument, das sie anscheinend oft vorgebracht hat. Hm, auch gut. Ich habe den Käfig mit den Jungen etwas näher den Strand geschoben, aber ich kann es ihm von hier aus noch riechen. Habt ihr vor, etwas gegen das Ungewicht zu unternehmen? Kein Wunder, dass sie hierher kommen, wenn der Strand wie ein Brotplatz für Lagofett riecht. Ihr wollt es ja also nicht nur hungrig, sondern auch wütend? Nehmen wir mal die zwei. Besser, sie unter unseren Daumen zu halten, als die Blaspfeile zu schärfen, sage ich. Vor vier Wochen habe ich die Fische in die Ruina-Schlucht verfolgt. Deshalb habe ich die Mataru zu einem Jagdwettbewerb herausgeführt. Der Gürtel meiner Mutter gegen den Kopf der Brutmutter. Grinsend hackt sie ihren Daumen in den Ledergürtel an ihrer Talie. Es kommt nicht jeden Tag vor, dass neue Gesichter an unseren Stränden landen. Willst du mir nicht zeigen, wie Fremde mit dem Lagofett umgehen? Kleiner Wettkampf klingt gut. Du scheinst stark genug, um mit ein paar Lagofett fertig zu werden. Ich denke darüber nach. Nehmen wir mal die zwei. Ikira, dafür, dass du nicht dem Stamm angehörst, bist du sehr scharfsehig. Sie nickt und spitzt die Lippen. Der Rang habe verhebt, uns diesen Heidensposten zu bewachen, sonst würde ich meinen Speer erheben. Das ist aussehige Arbeit für eine Mataru, sage ich. Sie verschränkt die Arme noch enger und starrt die zusammengeflickten Gebäude so böse an, als dass sie sie am liebsten eintreten. Ja, Mataru ist immer noch die höchste Kaste. Ich denke darüber nach. Halte deine Augen und Ohren offen. Die Brut ist mutig, wenn die Mutter in der Nähe ist. Sie tippt neben einem Augenwinkel und sieht dich direkt an. Der Kopf dieser Fischfrau wird bald in meiner Hütte an der Wand hängen. Sie atmet aus und wendet den Blick ab. Ähm, was tust du mit diesem Schiffswrack? Der Ranga wollte einen Handelsposten. Sie starrt finster auf das seltsame Gebäude, das aussieht wie eine Mischung aus Gerüst und Schiffswrack. Er sagt, es wird mehr Valianer wie den schwitzenden Zwerg anlocken. Die Nahrung und die anderen Dinge und die verschwitztes Geld mitbringen werden. Ekelt sie dir über ihr Gesicht. Was ist falsch daran? Ich stehe immer hier, aber das ist keine Aufgabe für die Mataru. Wir jagen, kämpfen und führen. Sie geht neben dem Handelsposten auf und ab. Ihre Arme und Beine zittern mit rastloser Energie. Du scheinst das zu überwachen. Warum jagst du oder kämpfst du da nicht? Zurück zu meinen anderen Fragen. Nehmen wir mal die zwei. Was gibt es da auch zu jagen auf diesem Haufen Steine und Moos? Kein Wild, nur Lagofet, die sich in der Huiner-Schlucht verstecken. Sogar die Antilopen wissen, dass man hier nicht leben kann. Die Gräser sind dünn und die Bäume wie Kinderknochen, klein und weich. Nur um das hier zu bauen, mussten wir bereits Holz vom Berg holen. Sie klopft mit ihrem Knöchel gegen den Handelsposten. Kann ich Vorräte kaufen? Sehe ich aus wie ein Kuaru? Ja, Handwerk- und Händlerklasse. Mache ich mir die Finger mit Münzen schmutzig, die schon tausend Hände berührt haben? Niemals. Sie spuckt aus. Such den Schwitzenden auf, den Zwerg. Gewäschte ich manchmal die Hände. Kriege ich einen Platz zum Ausruhen? Du wirst nie einen Gastfreund in ihren Stamm begegnen. Sie schiebt ihr Gesicht dicht an deines Harnen und starrt dich finster an, als wolle sie sehen, ob du es wachst, ihr zu widersprechen. Sie sehen? Die Dorfbewohner brüllen sich um die Ehre deines Besuchs. Ah ja, rasten könnte ich hier. Oh Gott, es tut aber einiges. Plus zwei Entschlossenheit, dauerabträgliche Effekte, drei Intellektangriffe unterbrechen mit der mächtigen... Mit ermächtigt Angriff, ne? Voll gut Deutsch. Du bist der schwitzende Zwerg, oder? Kein Zeichen meiner Schiffskameraden am Horizont. Ähm... Brauchen tue ich ja nichts mehr, habe ich ja schon in der letzten... Das ist die Folge! Habe ich ja schon in der letzten Folge geguckt. Cuaro-Hardwerkerin. Das hier ist übrigens auch vertauscht. Hier steht Handwerker, hier steht Handwerkerin. Also ja, da ist irgendwas schiefgelaufen mit der Zuweisung. So, das ist die Hütte des Häuptlings, da wollen wir als letztes hin, denke ich mal. Das wurde aus Kaora-Schiff geflochten. Ein Wiersch, das wegen einem stäftig extremen Material, das leicht nach Meersalz riecht. Was zur Hölle ist hier los? Gestehe Tamau, du willst du gute Nahrung verrotten lassen? Die Stirn des jungen Kriegers ist von Pfeilen und Schweißperlen gezeichnet. Er steht wie bei einem Mann, der an einen Pfeil gefesselt ist. Sehe ich auch, als hätte ich einen vollen Magen, du Idiot. Befrag doch die anderen, Oparo, wir hungern alle. Der Gefesselte stellt jedes Wort unter schmerzhaftem Keuchen hervor. Er starrt Mukumo an. Schande, jeder andere Oparo hat an einem einzigen Tag immer mehr gearbeitet, als du in deinem ganzen Leben, aber sie beschweren sich nicht. Der Klinger hat sich einen Dolch aus dem Gürtel und streift mit dem Daumen nachdenklich über die Spitze. Blinzeln wendete sich dir mit einem großen freundlichen Lächeln zu. Ein anderer outsider. Du bist Tickawara in hungry times.